Ja, liebe YouTube-Freunde, heute Morgen verkaufte ich ein Rind an den Hof Farnsburg. Heute ist ein Treibgang, den ich da beidseitig benutzen kann. Und jetzt zum Verlad, werde ich da den Treibgang auf dieser Seite benutzen. Hier, die Rinde sind schon ausgesperrt und das, was ich verkaufen will, ist im Stall drinnen. Ich verkaufe dem Hof Farnsburg ein Rind, das zwei Jahre und neun Monate alt ist. Rind verladen war absolut kein Problem. Jetzt habe ich da noch von ihm exklusiv Würste bekommen. Eine Bisonwurst. Auf dem Hof Farnsburg sind auch Bisons zu Hause. Hier der Ausdruck. Die Nummer des Tieres. Wo es hingeht. Die Adresse des Käufers. Bestätigung. Seuchenfreiheit. Medikamente oder so. Und Datum. Mein Name. Und da gehört noch eine Unterschrift hin. Auf dem Portal agathe.ch melden wir gesamtschweizerisch alle Tiere. Der gesamte Tierverkehr wird über agathe.ch abgewickelt. Die probiere ich jetzt doch gleich. Jetzt Bisonwurst. Da bin ich doch mal gespannt. Wie die schmeckt. Mhm. Gut. Mhm. Guter Geschmack. Bisonfleisch. Auch alles naturnah produziert. Mit einer extensiv-produktion. Mhm. Sehr gut. Sehr gut. Und so. Mhm. 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 Zu empfehlen, Bissawurst vom Hof Varnsburg, Ormalingen, Basel Land.